Stimmt, das ist ein Punk-Droll. Punk's not dead, genau. Auch eine der geilsten Musiken von jedenfalls. Von Herr der Ringe, die Brücke von Kazak Dun. Richtig geiles Lied. Ah, und hier ist richtig viel versteckt auf jeden Fall. Da vorne habt ihr gerade gesehen, da war richtig viel. Innerhalb von 15 Minuten muss man die Mission schaffen, um die Trophäe zu bekommen. Ja, okay, das klingt tatsächlich ein bisschen anspruchsvoll. Das klingt ja etwas anspruchsvoll. Ja, ich bin ganz froh, dass ich nicht die Trophäen mache hier. Oh, warte mal hier. Hier könnte noch was drin sein. Nein, geh weg. Nein, das soll ich so kaputt machen. Legolas, das da soll sie kaputt machen, nicht den Troll. Na, macht doch kaputt, Legolas. Macht das Ding hier kaputt. Ach, Legolas, Legolas. Okay, da war aber nichts drin. Na, Gott sei Dank. Dann müssen wir ja echt gucken. Uns fehlen nur wieder die Werkzeuge. Da seht ihr es hier. Ach, 1, 2, 3 haben wir. Vielleicht haben wir es schon im ersten Abstand hier gehabt gehabt. Hoffen wir es einfach mal. So, tolles Halber noch mal die Skelette hier killen. Man weiß ja nie, die Sachen, die wir brauchen, könnten überall versteckt sein. Und hier war auf jeden Fall richtig viel am Ende noch. Das ist schon mal gut zu wissen. So, hier noch mal die Kollegen hier erledigen. Gleich sind wir wahre Abenteurer geworden. Die Gegenstände kommen erst nach dem Schild. Ah, das ist beruhigend. Das ist beruhigend. Und wir gehen jetzt auch gleich weiter mit unserem Schild. Der Toll macht den Cosplay. Ja. Ja. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Da kann man auch schon wieder den nächsten Gingern hier. Das war noch nicht alles, aber ich schätze mal, alle gute Dinge sind drei. Von daher dürfen das jetzt gerade die letzten sein. So, falls wir nochmal die Skelette hier in der Wand erledigen. Also, naja, die Skelette nochmal kaputthauen erledigt waren sie, glaube ich, schon, deswegen waren sie Skelette. So, ich sag mal die erste Version von Lego Marvel Super Heroes, also den ersten Teil auf 100% spielen. Das hatte ich tatsächlich jetzt mal sogar schon zur Abstimmung gestellt gehabt. Da hat er aber Herr der Ringe dann gewonnen gehabt. Also, wenn irgendwann mal bei der nächsten Abstimmung genügt Leute dafür stimmen, dann würde ich das auch wieder spielen. Keine Sorge. Der LN16 heißt auch LN16 auf Twitch. Kannst auch auf meine Kanal-Info schauen, da ist er verlinkt. Da findest du ihn dann ganz schnell. So, hier finden wir auf jeden Fall auch sehr viele Sachen sehr schnell, hoffentlich. Auf jeden Fall sehe ich hier einige Sachen. Das Argon. So, gleich mal hier kaputt machen. Eins von drei. Oh, hier ist ein 10.000 da. Das dürfte reichen dann für den wahren Abenteurer. Naja, läuft bei mir. I'm the one. Herzlich Willkommen. Prost auf euch. Hier sind noch silberne Sachen. Nepp. Silberne Sachen. Also, da gehen wir auch gleich hin, aber machen wir erstmal die Sachen, die hier noch mit drin sind, die wir mit Aragorn tun müssen. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das Level ging, ehrlich gesagt. Aber wir mussten gleich noch gegen Balrog kämpfen, oder? Ja, im Balrog müssen wir auf jeden Fall, glaube ich, noch kämpfen. Oh. Was ist das hier Schönes? Oh nein. Oh nein. Da ist nichts Schönes hinter der Tür, glaube ich. Okay, hier haben wir auf jeden Fall... Hier, glaube ich, geht es storymäßig weiter. Denn dann gucken wir nochmal lieber in die andere Ecke vorne, ob da noch was ist. Ist, glaube ich, die sinnvollere Idee. Die Kanal, den du doch gerade geschrieben hast, kenne ich, ja. Aber habe ich noch nie mit irgendwie Kontakt gehabt, oder so. Wie gesagt, ich schaue ja eigentlich auch... Ich schaue ja eigentlich auch keinen anderen YouTuber. Weil ich dann lieber im Zweifelsfall lieber selber Videos machen soll. Wir gucken nochmal hier zurück. Kann man hier nicht komplett zurückgehen? Ah, nee, hier ist dann was runtergebrochen. Deswegen kann man hier nicht zurückgehen. Ah, clever Spiel, clever Spiel. Okay, dann gehen wir doch lieber hier hin und machen hier ein paar silberne Sachen kaputt, wenn wir schon den Berserker dabei haben. Können wir hier noch mehr kaputt machen? Nee, offensichtlich nicht. So, hier können wir auch noch mehr machen. Hier können wir auf jeden Fall noch mehr machen mit DJ 0272. Herzlich willkommen. So, ah, da oben ist was für Gollum, habe ich gerade gesehen. Da kann Gollum gleich etwas klettern gehen und uns das nächste Minigit holen. Ist der Agogon der König von Narnia. Ja, natürlich. Aragogon ist König von überall. Also auch von Narnia. Er hat auch einen Prinz. Das ist dieser Caspian. Aber er ist auf jeden Fall der König. Boah, die Narnia-Filme habe ich auch so lange nicht mehr gesehen. Da ist auch die Erinnerung ganz schwach nur noch, muss ich sagen. In meinen Erinnerungen waren sie eigentlich ganz cool, die Filme. Aber es ist echt schon, echt schon lange her. Also ich habe es im Kino gesehen gehabt. Dann wisst ihr ungefähr, wie lange es her ist. Wenn ihr wisst, wann die Filme im Kino liefen. Ich könnte es jetzt so aus dem Stilgreif. Da könnte ich es jetzt nicht sagen. So, Dankeschön. Glückwunsch für den 5.000. Dankeschön. Ich würde König. Genau. Genau. Wer erinnert sich noch an Herr der Ringe, die Eroberung, wo wir immer runtergefallen sind? Ne, erinnere ich mich nicht. Schelle, wie? Runtergefallen? Niemals. Als wenn ich jemals in einem Spiel irgendwo runtergefallen wäre. Hallo? Bin immer der Meister des Obenbleibens hier. Deswegen gewinne ich auch bei Fall Guys immer. Weil ich nie irgendwo runterfalle. Hier gab es auf jeden Fall schon einiges zu holen. In der Ecke hier. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier nochmal zu erkunden. Und das war noch nicht alles. Hier haben wir noch mehr Sachen. Hier kriegen wir vielleicht ein Werkzeug wieder, oder? Das ist safe ein Werkzeug da drin. Oder? Ah, doch. Ich wusste doch, dass dein Werkzeug drin ist. Ha! Wir bekommen... Irgendwas. Aber ich glaube, das... Was ist das für eine komische Keule? Schlüsselkeule, oder? Aber ich meine, das Ding hat schon mal irgendjemand haben wollen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich meine mich zu erinnern, dass irgendjemand das haben wollte. Oh, jetzt können wir sogar hier rüber gehen noch. Okay. 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 War nur Fake. War nur Fake. Unsichtbare Wände halten uns davon ab, weiterzugehen. Ja, Hogwarts Legacy werde ich natürlich spielen. Ich freue mich auch schon auf Hogwarts Legacy. Ich glaube, das Spiel wird ziemlich cool. Ne. Also, ja, glaube ich. Ne, das ist nicht der Aragorn, den ich suche. Das ist der Aragorn, den ich suche. So, und damit auch das nächste Minikid. Jetzt schon 6 von 10. Wenn ich runterfalle, dann ist es mit Absicht für den König. Eben. Das ist dann... Wenn ich runterfalle, dann ist es für den König. Not nice. Herzlich willkommen. Ich finde es trotzdem nice, dass du hier mit dabei bist. Als Follower, herzlich willkommen. Republic Heroes. Ne, da sind wir auch nie runtergefallen. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Am Anfang von Republic Heroes, meinst du? Ganz speziell am Anfang. So, eine Szene, wo man auf die Steps springen musste, meinst du? Ne, da sind wir ganz sicher nicht runtergefallen. Nein, 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 nein. So. Warfarm. Herzlich willkommen als Prime Drabonent hier auf meinem Kanal. Vielen Dank dafür. Vielen Dank dafür. Das sind nicht die Druiden, die wir suchen. Ich sehe hier keine Druiden. Ich suche auch gerade keine Druiden. Was? So, hier brauchen wir einen Eimer, um das Feuer zu löschen, um diese Tür da oben weiter zu betätigen. Ne, beim Weihnachtsmannspiel bin ich nie runtergefallen. Welches Weihnachtsmannspiel überhaupt? Ich erinnere mich an gar nichts. Ich erinnere mich an gar nichts. Auch nicht an Santa Claus in Trouble. Und auch nicht an Santa Claus in Trouble 2 again. Niemals würde ich mich an sowas erinnern. Niemals. Warte mal. Ne, wir haben ja sogar einen Eimer. Wo ist unser Wikinger? Wo ist unser Wikinger? Wo ist unser Wikinger? Die Steps-Szene war im Kanal-Trailer. Wie hier Kanal-Trailer? Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Das ist mir alles völlig unbekannt. Wir holen uns jetzt erst nochmal ein bisschen Wasser hier. So, läuft bei uns. Oder soll das Ding da rein? Aha, man muss jetzt immer von einer speziellen Ecke aus einem speziellen Winkel muss man es immer da rein tun. So, wir nehmen wieder Dumbledore, den Weißen. Irgendwie ist es gerade lustig, das immer falsch zu sagen. Ich meine natürlich richtig zu sagen. Ja, nicht wegschieben. Hochschweben sollst du es lassen. Hoch sollst du schweben. Hoch sollst du schweben. Einmal hoch. Mensch, Saruman. Mach doch einmal, was du sollst hier. Äh, B. Nein, nicht runterfallen lassen. Saruman. Saruman. Saruman, der Ungeschickte, heißt du ab sofort. Äh. Saruman, das Ding soll da dran. Aber Saruman, jetzt stell dir mal nicht so an hier. Den denn erst nochmal. Alles klar, dann dehnen wir uns hier erst nochmal. Funfact. Wusstet ihr, dass der Kampf gegen den Balrog die Naturgesetze ziemlich außer Kraft setzt? Erstens müssen Balrogs Peitsche mindestens 706 Meter lang sein, um die Erdgeschwindigkeit der beiden, als sie die Schlucht herabstürzen, ist knapp 465 Kilometer pro Sekunde. Okay, wieder was gelernt. Wer kommt alles aus Österreich? Ich nicht. Aber schöne Grüße nach Österreich. Wenn ihr gerade aus Österreich zuschaut oder aus Österreich kommt. Äh. Ne. Saruman. Saruman sagt einfach nein. Doch, jetzt sagt man... Ja, Saruman sagt ja. Saruman sagt ja. Ja. Gesangsmodus, soll ich zu euch zurück? Ja, der Gesangsmodus kommt zurück. Der Gesangsmodus kommt zurück. Äh. Beim nächsten Mal Mario Kart 8 mache ich den Gesangsmodus wieder. Bei den normalen Let's Plays auf YouTube möchte ich ihn nicht haben, aber... Ähm. Bei den Sachen, die nur auf Twitch laufen, also wie Mario Kart 8, da kommt der Gesangsmodus auf jeden Fall zurück. Zurück. Okay, den können wir hier noch nicht nutzen. Dann... Was heißt zurück? Ich habe den Gesangsmodus noch nie gehabt. Dann kommt der Gesangsmodus überhaupt zum ersten Mal hier. Ihr werdet dann schon sehen, was ihr euch damit eingebrockt habt. Glaubt mir. Ihr werdet es mehr bereuen als ich. Ihr werdet es mehr bereuen als ich. Glaubt mir. War ich schon mal in Norddeutschland? Ja, ich war schon mal in Norddeutschland. Ich war schon in Hamburg, war ich schon. Mein Vater kommt nämlich aus Hamburg. Deswegen war ich schon in Hamburg. So, sonst war ich aber leider noch nicht besonders viel in Norddeutschland. Ich bin eher in Süddeutschland meistens unterwegs, weil München, wo ich ja wohne, auch in Süddeutschland liegt. Hier vor jetzt haben wir nochmal die Sachen kaputt hauen. Aber diese Sachen, da ist eigentlich nie was versteckt. Das bringt eigentlich nur Stats. Und Stats brauchen wir tatsächlich momentan... Äh, doch. Also Stats brauchen wir auf jeden Fall, ja. Aber hier in dem Moment brauchen wir keine Stats. Also. Ja, wir... Sagen wir einfach, wir brauchen... Vergiss das. Sagen wir einfach, wir brauchen Stats. Sagen wir einfach, wir brauchen Stats. So, einmal hin. War ich schon in der Elfphilharmonie? Nein, in der Elfphilharmonie war ich tatsächlich nicht. Weil ich, wo ich in Hamburg war, war sie leider noch nicht offen. Beziehungsweise, da wurde sie noch gebaut. Ich war dafür der Miniatur-Wunderland da mit den Eisenbahnen. Das war eigentlich auch ganz cool. Aber die Elfphilharmonie will ich mir auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Was ist, wenn man den Gesangsmodus nicht will? Wir können hier mal bei Mario Kart 8 am Dienstag drinne lassen. Und dann machen wir eine Abstimmung dann auch auf YouTube, ob er drinne bleiben soll. Ganz einfach. Ne, der Wortmann bleibt nicht drinne. Da muss ich mich zu sehr konzentrieren. Den Marginet. Der macht mir keinen Spaß. So, wir sind im nächsten Abschnitt angekommen. Kann Len backen. Ich bin mir sicher, dass das kann. Len kann alles. Len kann alles. So. Einmal da drauf geschossen. Dann nochmal in die Richtung gegangen hier. Und hier ist aber nichts. Okay. Die führt ins Leere, diese Brücke hier. Das ist nicht die Brücke, die wir suchen. Da liegt sogar ein Zehntausender. No, jetzt nehmen wir direkt mit hier den Zehntausender. Und speichern dann hier am nächsten Speicherpunkt. So, einmal genommen hier. Der Wortmann macht aber Spaß. Ja, euch macht er Spaß. Das ist der Unterschied. Das Beste ist, wenn wir alle Spaß haben. Wenn ihr Spaß habt und ich Spaß habt. Und nicht nur ich Spaß habt oder ihr Spaß habt. Das ist sonst doof. Genau. Ich muss Paluten sein, weil der auch in München wohnt. Und seine Eltern in Hamburg. Okay. Okay. Ich muss Paluten sein. Alles klar. Ich wusste nicht mehr. Doch, irgendjemand hat es schon mal geschrieben gehabt. In München. Keine Ahnung. Ich habe mit dem noch nie zu tun gehabt. Wirklich. Keine Ahnung. So. Wir nehmen hier dafür den Berserker. Habe ich schon mal einen Bärenwitz mit dem Berserker gemacht? Ich weiß es gar nicht. Wenn nicht, dann kommt irgendwann einer, wenn ihr es nicht erwartet. Oder mir einer einfällt. Ah, jetzt habe ich hier den Frodo, der nichts kann dabei. Wieso gibt ihr mir immer den Frodo, der nichts kann da? Brauche ich nicht. Der kann nichts. Ich brauche den Frodo, der was kann. Der Frodo kann nämlich richtig viel hier. Der kann sich sogar verstecken, verstecken. Der Witz wird bestimmt Bärenstark. Ich glaube auch. Garantiert Bärenstark, der Berserker-Witz. Okay, da kommen wir so nicht ran. Was ist das für eine Orgel? Wo ist Davy Jones? Oh nein, das ist ein Rätsel, glaube ich. Oh nein, ich mag keine Rätsel. Ich wittere Rätsel. Denn bist du noch im Chat? Rette mich. Okay, wir haben zumindest das Ding da oben ein bisschen weiter nach unten geholt. Das ist ein Anfang gewesen. Da müssen wir irgendwie auch nochmal rüber. Können wir da nochmal drauf schießen? Okay, wir können zwar nochmal drauf... Ah, da müssen wir die komplett nach oben schießen. Wahrscheinlich müssen wir dreimal... Ah, wir müssen dreimal drauf schießen. Ah, sehr gut. Saruman soll ich wieder wählen. Alles klar. Witzig, dass ihr das hier auch in dem Spiel wollt. Aber eigentlich ist es beim Lego-Spielen eigentlich auch ganz cool. Jetzt nehmen wir mal einen anderen Saruman. Oder nee, das ist der Gandalf, gell? Boah, die sehen sich aber echt eh... Also die sehen sich echt eh nicht. Dadurch... Ja gut, der hat einen grauen Bart, Saruman. Daran kann es unterscheiden. Na gut. Ihr wollt Saruman, ihr bekommt Saruman. Ich glaube, der Animagus ist das Berserker. Saruman, das ist ein Bär. Ja, das bestimmt auf jeden Fall. Sind nicht 5 Stunden normal meistens? Nee, tatsächlich nicht. Auf Twitch habe ich tatsächlich noch keinen 5 Stunden Stream gemacht. So, hier brauchen wir Rot. Stopp, stopp, stopp. Bleib stehen. Rot, Rot brauchen wir. Stopp. Ah, ah. Man muss da nochmal drauf gehen. Okay, okay. Wenn die richtige Farbe da ist, müssen wir nochmal drauf gehen. Au, das war doch richtig. Ach, Mann, oh. Ich wollte doch das Blau da haben, Mensch. Das war doch das... Okay, man darf es erst machen, wenn es in der Mitte genau drin ist. Verstanden. Okay, das ist die Art von Rätsel, die ich anscheinend zwar verstehe, aber unfähig bin auszuführen. Okay, nicht zu früh, nicht zu früh, nicht zu früh. Das war nicht zu früh. Das Ding war da drin. Mensch. Ein Zauberer tritt nie zu früh auf das Brett. Ebenso wenig zu früh. Er tritt genau dann drauf, wenn er... Das ist beabsichtigt. Und das war in dem Fall zu früh. Vergesst es. So. Damit wäre auch diese Orgel gespielt. Das streamt habe ich vor fünf Stunden nicht beenden. Hatte ich auch nicht vor. Ach ne, das müssen wir sogar nochmal machen hier. Oh ne. Und das alles nur für ein Minikit wahrscheinlich. Ach komm, das hat sogar grün geleuchtet. Okay. Wir müssen das später machen. So, später. Später war besser. Aua. Da bin ich daneben gesprungen. Aber das ist auch wieder ein richtig nices Rätsel hier. Genau die Art... Es wird bestimmt noch eine dritte Runde geben. Der andere kann da draufstehen, ohne gestochen zu werden oder was? Nur ich darf das wieder nicht. Ja ne, ist klar. Ist klar. Du hast es gerade dreimal zu früh gesagt. Nein, habe ich bestimmt nicht. Würde ich niemals machen. Okay. Das war grün, grün, rot. Hammer. Wobei es eigentlich wurscht ist, was wir haben, weil wir es eh immer angezeigt bekommen. Es ist fast so schlimm wie die Slotmaschinen bei Mario... Super Mario Odyssey. Nur anders. Aber schlimm genauso. Mindestens genauso schlimm. Nein! Ah, jetzt ist es schneller geworden. Wieso wäre das schneller? Das war perfekt in der Mitte. Was willst du eigentlich spielen? So, hier bitte. Jetzt aber. Da drinne muss jetzt hier aber auch... Keine Ahnung. Mehr als Minikit auf jeden Fall sein. Für diese Anstrengung, die wir hierfür unternommen haben. Slotmaschinen-Action, ey. Glaubst du ja nicht hier. So, 8 von 10 haben wir jetzt auch schon eingesammelt. Aber das Problem ist, dass wir... Ah, den Plan haben wir sogar schon. Wir müssen unbedingt das letzte Werkzeug noch irgendwo finden. Irgendwann muss noch ein letztes Werkzeug versteckt sein. Das wäre wichtig zu finden. Ein Minikit ist gut, zwei sind besser und alle Minikids, das ist Business. Ja. Das ist Business. Oder? So ging das wohl auf Wall Street, oder? Sag mal hier runter. Wenn der letzte Gegenstand im letzten Abschnitt ist, laut Chat. Lieber am Homer. Und dann soll ich auf jeden Fall noch was versteckt und das noch was für Gimli. So, wir gehen erstmal... Ah, okay, da geht's bloß wieder da rein. Alles klar. Ne, da wollen wir nicht hin. Dann, äh, schauen wir mal hier weiter runter. Da brauchen wir schon wieder einen Elben. Wie gut, dass wir einen Elben dabei... Haben wir das Minikit echt über... Achso, wieso gehen wir nicht rüber? Haben wir das Minikit echt übersehen gehabt? Hä? Wieso war ich denn... Wie soll ich denn dann weitergehen? Das ist... Hä? Ah, da müssen wir den Zwerg werfen. Ah, wir müssen den Zwerg werfen. Okay. Dann machen wir mal wieder Zwergenweidwurf. Wo ist unser Lieblingszwerg? So viele andere Zwerge haben wir auch gar nicht dabei, deswegen ist die Auswahl... Ah, doch, wir können mal... Oh, kann man den auch werfen? Das müssen wir jetzt mal ausprobieren. Können wir Gläunen werfen? Ich glaube, wir können nämlich auch Gläunen werfen. Ja, wir können mal einen anderen Zwerg werfen. Jawohl. Wir können auch einen anderen Zwerg werfen. Äh, so war das nicht gemeint mit dem Werfen. Ups. Ich kann ihn aber gar nicht anvisieren, den Punkt, wo ich ihn werfen kann, Mensch. Ich muss Gimli werfen, ich will aber Gläunen werfen. Wieso kann ich nicht anvisieren mit Gläunen? Das war halt den... Dann nehmen wir halt Gimli. Okay. So, kann der Zwerg den Zwerg werfen? Nee, das geht wieder nicht. Okay, dann probieren wir halt den Gimli zu werfen. Nee, geht auch nicht. Wieso kann ich den nicht anvisieren hier? Ich glaube, muss das echt Aragon machen? Kann nur Aragon den werfen? Und die anderen können ihn nur hochheben? Das kann doch nicht sein. Doch, das kann sein. Ah, man bekommt das Zieldingens bekommt man nur mit ihm. Ah, okay. Alle Clashen, alles Clashen. Ups. Äh. Wieso falle ich... Hä? Ich will da runter... Ah, muss, ah, muss. Ja, ich darf nicht runterspringen. Ich muss runtergehen. Natürlich. Weil der Fallschaden in Lego-Spielen ab sofort enorm ist. Ganz logisch. Fünf Stunden sind nicht normal. Nee, fünf Stunden habe ich tatsächlich noch... Auf Twitch, glaube ich, habe ich schon mal fünf Stunden gestreamt. Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube auf YouTube vielleicht. Auf YouTube schon, aber nicht auf Twitch. Twitch waren es höchstens immer vier oder so, glaube ich. VIP-Status hat sich der Alexander gegönnt. Na klar, kriegst du direkt nach dem Stream. So, nochmal um die Ecke hier rumgegangen. Dann schnell hier hoch. Wunderbar, wunderbar. Der Zwerg ist nicht groß. Der ist Clown. Hä? Verstehe ich nicht. Ach, Clown! Clown! Oh nein! Oh nein! Oh ho 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 ho. Das ist richtig. Ja, der Zwerg ist Clown. Das ist richtig, Chad, ja. Das kann ich nicht anders abstreiten. Nichts abstreiten, ne? Ah ne, ah ne. So, erst mal die Säule abfackeln, auf der wir stehen. Das ist wie die Hand zu beißen, die einen füttert. Eine sehr clevere Aktion. Ich glaube, Säule fällt hier gleich. Habe ich alle Lego Dimensions Figuren? Nee, alle Lego Dimensions Figuren hatte ich definitiv nicht. Ich hatte viele, aber nicht alle. Sehr viele. Ich will gar nicht... Ich glaube, Lego Dimensions ist tatsächlich das Spiel, in dem ich in meinem Leben am meisten Geld investiert habe. Huiuiuiuiui. Was war da alles? Was ich da alles rausgeprügelt habe, ey? Oh, nee. Nee, 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 nee. Aber da brauchte man auch richtig viel, um weiterzukommen, muss man sagen. So. Wir haben es auch... Ich glaube, 200 Parts oder so waren es sogar, oder? Das war richtig lange. Vorhersagen kannst du hier keine machen. Ihr könntet immer mal eine Vorhersage machen, ob wir... Ob wir in dem Level alles beim ersten Versuch schaffen. Da könntet ihr mal eine Vorhersage beim nächsten Level machen. Dann, dann, dann... Flieht, ihr Noren! Dann, dann... Nee, das letzte Super Mario für die World Level will ich nicht mal probieren im Stream. Kein Bedarf. Nein, danke. Meine Hand geht's ganz gut momentan. Ich sag ja. Sie hat gestern Force Unleashed überlebt. Von daher... Barstay ist soweit. Prost Mahlzeit. 195 Parts hatte Lego der Mansions. Knapp daneben. Nun denn. Stelle dich dem Dämonen. Tja, Gandalf. Gleich wirst du hinabstürzen. In die unendlichen Tiefen. Der Minen. Von Moria. Gott, nein! Fliegt ihr Noren? Nein! Jetzt kommt diese Szene, wo man runterfällt und gegen ihn kämpft, oder? Ja! Die Szene kommt jetzt. Ja! Die Szene ist jetzt hier am Start. Äh... Irgendwann ist die am Start. Erstmal brauchen wir unser Schwert. Und unseren Bogen. Und unsere Axt. Ne, nur das Schwert. Schwert reicht erstmal. Schwert ist nicht verkehrt. Können wir irgendwie schneller fliegen? Ich glaube, wir können momentan einfach nur fallen. Okay. Dann fallen wir mal da runter. Tun wir uns den gefallen. Also schmeißt du wahrscheinlich irgendwie das Zeug, das wir ausweichen müssen oder so? Nee! Einfach nur drauf prügeln. Okay. Aber das war damals schon echt episch gemacht. Also sowas hat man in dem Lego-Spiel, glaube ich, davor auch kaum gesehen gehabt. So einen richtig coolen Kampf im Fallen und so. Das war schon richtig cool damals. Sieht auch noch heute echt cool aus. Also finde ich immer noch ziemlich cool. Jetzt müsste Batman kommen. Äh, ja, fast. Meinst du, weil wir hier in der Batcave sind oder was? So, einmal abstechen hier. Erstmal Dumbledore in die Schlucht stürzen. Ja, genau. Wie Dumbledore eigentlich gestorben ist. So, schwer ist es wieder am Start. Dann können wir hier auch gleich wieder runterfliegen zum Balrog. Außer Fallen müssen wir hier eh nicht viel machen. Sieht, das ist eher so eine Szene, die schaut episch aus. Ist jetzt spielerisch nicht so anspruchsvoll, aber sie schaut cool aus. Und das ist ja auch mal was wert. Lego der Mensch ist die Anfangsszene. Stimmt, da hat man doch auch irgend so was gespielt, oder? Ja, 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 ja. Ich erinnere mich ganz schwach. Da, vor jeder 1,1, herzlich willkommen auf jeden Fall. Schön, dass auch du mit dabei bist. Was halte ich von was? Von Snape? Boah, so sympathisch ist Snape nicht, aber am Ende versteht man zumindest, kann man zumindest sein Handeln nachvollziehen. Hat aber lange gedauert, bis man Snape wirklich verstanden hat. Und hat sich noch jemand die Nintendo-Freundesliste gegönnt. Auch diesen Platz auf der Freundesliste wirst du bekommen. Am Ende des Streams. Bis zur Unendlichkeit. Und noch viel weiter fallen wir hier runter, genau. Ist jetzt zwar ein bisschen Toy Story, aber kann man hier auch mal mit reinbringen, kein Problem. Warum fliegt das Schwert schneller als Gandalf? Tja, äh, frag nicht. Frag einfach nicht. Frag einfach nicht. Das ist ein Film. Und das ist ein Lego-Spiel. Also wir spielen wir in den Film nach, in einem Lego-Spiel. Hast du noch weitere Physikfragen? Ich glaube, das ist nicht das Richtige. Oh, man kann beschleunigen. Oh, man kann beschleunigen mit A. Aber es hat auch so Spaß gemacht. Man kann mit A beschleunigen, ja. Eigentlich logisch, dass man mit A beschleunigen kann. Ist in den meisten Spielen. So hätte ich mal testen sollen, was mit der Schultertaste auch geht. Oh, jetzt hau ich mal hier. Mach den mal kaputt. So, war jetzt eh die dritte Runde. Ich glaube, jetzt haben wir es eh geschafft. Der Schwere-Los. Glaube, ich glaube nicht, dass er Schwere-Los ist. Er ist vielleicht völlig losgelöst von der Erde. Aber gleich werden wir ihn wieder ein bisschen erden. Oh, nicht uns hier anfeuern schon wieder hier. Lass das mal bitte. Ah, hau rein. Hau rein. Mach ihn kaputt. Mach ihn kaputt, Gandalf. Mein Lieblings-Mittelerde-Zwerg. Das fragt mich jemand, der Eichenschild mit Nachnamen heißt. Da darf ich nur Thorin sagen, oder? Oder zumindest Eichenschild als Nachnamen hier auch Twitch hat. Da darf ich leider nur Thorin sagen. Wobei ich zum Beispiel Kili auch extrem cool finde. Und natürlich Gimli sowieso. Da kam mir sowas von deinem Fall her. Das dachte ich mir. Welcher Fall ist es so? Erster Fall? Zweiter Fall? Dritter Fall? Vierter Fall? Ein Schwert ohne Tee ist schwer. Das ist richtig. Aber die T-Witze müsst ihr für Landstream aufbewahren. Schreibt uns mal den Land in den Stream, wenn er wieder streamt. Der freut sich. Hier haben wir auf jeden Fall noch was drinne direkt. Jetzt haben wir sogar den praktischen Frodo hier dabei. Sehr gut. Der kann uns das zehnte Minikid holen. Jetzt fehlt uns nur noch ein Gegenstand. Okay. Die werfen Zeug auf uns. Können wir hier noch irgendwas herziehen oder so? Können wir die Gegner vielleicht ein bisschen herziehen. Aber das... Oder wir können runterfallen. Gehen wir mal hier rüber. Aber ich glaube hier ist nichts mehr. Ne. Hier. Die feuern uns zwar an. Aber das hilft uns nicht weiter. Habe ich schon mal mit mir ein Gesicht gezeigt. Nein. Habe ich nicht. Spring mal an dem Rad. Warum soll ich denn an dem Rad springen hier? Ich kann hier auch runterfallen. An dem Rad. Das ist ein gutes Rad teuer. Aber bringt mir nichts da an dem... Ach doch. Oben dran kann ich mich vielleicht hängen oder? Ah. Oh. Du bist der Beste. Du bist der Beste. Du bist der Beste. Du bist der Beste. So. Da haben wir nämlich was hier hochgeholt. Und das ist tatsächlich das zehnte Ding hier. Wenn ich das richtig sehe. Nice. Danke Simka. Das war sehr hilfreich. Das hätte ich sonst garantiert vergessen. Und dann hätte ich das ganze Level nochmal machen müssen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank dafür. Das war doch jetzt sehr hilfreich muss ich sagen. Ich glaube damit dürften wir auch so ziemlich alles haben oder? Ich glaube wir haben fast alles. Ja. Wir haben tatsächlich alles. Ja komm. Jetzt sind wir eh schon soweit hier im Level fortgeschritten. Jetzt machen wir das Level noch schnell zu Ende. Aber geil. Wir haben alles bekommen. Danke. Danke. Das war wieder einer dieser Momente wo du weißt ja es ist clever das Spiel live zu spielen. Das war sehr clever. Dankeschön dafür. So nochmal da oben drauf geschossen. Müssen wir da oben überhaupt drauf schießen oder müssen wir hier noch weiterlaufen geradeaus? Ja wir müssen nur geradeaus weiterlaufen. Hier. Ah hier war irgendwann auch mal ein Minikit. Aber nicht so schlimm. Kriegen wir immerhin 2000 nochmal dafür. Und hier brauchen wir nochmal Gimli. Boah das an dem anderen Ding das hätte ich echt übersehen da unten. Only Nico ist zu ihm Prime 3 Abonnent geworden. Herzlich willkommen. Ah warte mal. Jetzt haben wir ja Gläuen dabei. Jetzt müssen wir nochmal Gläuen hier nehmen. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Und die Scherzen im Scherz sind dir sicher. So. Rein ins Vergnügen. Oder besser gesagt raus aus dem Vergnügen. Oh er hat einen Apfel. Ist mal einen Apfel. Sehr gut. Und er hat einen Pfeil aber nicht im Knie gehabt. Aber das... Wir sagen besser nicht wo er den Pfeil hatte. Wir müssen die Wälder Lothlorians erreichen. Frodo! Ich kann auch den Hut im Mori abgeben. Habe ich den? Habe ich den Hut? Habe ich den Hut gehabt? Ich dachte ich hätte ihn nicht gehabt den Hut. Deswegen wollte ich ihn jetzt nicht abgeben. Oh geil. Wir haben alles bekommen hier auf dem ersten Versuch. Easy going. Easy going. Alles bekommen. Nice. So muss das sein. Richtig hier nochmal ein bisschen eine Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen geholt hier. Und hier neun Minikids eingesammelt. Da kriegen wir doch jetzt garantiert einen Ballrock oder? Also wenn wir hier keinen Ballrock kriegen. Ja da ist auch schon die Peitsche. Da ist die Peitsche. Ballrock Jones 2 ist am Start. Sehr schön. Gibt natürlich auch nochmal ordentlich. Ich glaube 50.000 oder so gibt es mindestens hier wenn man hier mal hat. Sehr, sehr nice. Ah wenn auf der Karte ein Ausrufe zeigen ist, dann kann man den Gegenstand abgeben. Dann hat man den Gegenstand schon. Ah da gibt es einen Unterschied auf der Karte. Oh. Das ist gut. Das Spiel ist so gut. Ja ich finde das Spiel auch gut. Finde ich auch. Macht auf jeden Fall Laune. Insbesondere hier zu streamen. Da kann man schon mal 5 Stunden streamen würde ich sagen. So wir gehen zurück nach Mittelerde. Sehr erfolgreich und sehr zufrieden finde ich gehen wir hier zurück nach Mittelerde. So gucken wir nochmal nach Moria. Dort herrscht schon lange kein Glanz und Glanz und Glanz. Ja tatsächlich. Dann können wir das Ding ja echt abgeben. Ah perfekt. Das ist schon wieder hier top gewesen von euch. Kann ich nur sagen. Top, 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 top. 4 Quests sollen hier sein? Wo sollen denn da 4 Quests sein in der Ecke? Nein. Niemand wird hier verbrannt. Niemand wird hier verbrannt. Ich bin ja hier kein Drache gerade. Wenn ich einen Drachen spielen würde. Dann müsst ihr euch vielleicht ein bisschen in Acht nehmen. Gab es nicht mal sogar so. Ach nee das DLC. Das war bei Lego der Hobbit oder? Wo man so einen Drachen skin haben konnte glaube ich. Wenn ich mich ganz schwach erinnere. Ich glaube da gab es so einen DLC. Bei Hobbit habe ich nicht gespielt glaube ich damals. Aber also Hobbit habe ich schon gespielt. Gave auf 100%. Aber mit dem Land 16. Aber ich überlege gerade. Ich glaube nicht. Okay. Aber ich glaube es gab so einen DLC tatsächlich. Auch weil ich es nicht gespielt habe. Aber es gab einen DLC. So. Wir haben wieder einen weiteren Stein bekommen. Das ist schön. Du hast schon wieder 10.000 Kanalpunkte. Wie seltsam. Ja das geht mal gar nicht. Immer so fleißig zuschauen hier. Was fällt dir ein? Hier muss man irgendwas mit den Schiffen machen. Da erinnere ich mich sogar noch dran. Aber dieses Hindernis haben wir bereits umschifft. Und deswegen gehen wir weiter nach Lothlorien. Ich überlege gerade ob es schneller wäre zu laufen. Nein wir gehen von hier aus. Wir gehen hier direkt weiter nach Lothlorien. Und unsere nächste Mission. Gehen wir dann nach Isengard. Dann nach. Ja schauen wir mal. Überlegen. Wir gehen so langsam. Langsam gehen wir durch Mittelerde. So nach und nach werden wir dann schon alles bekommen. Jetzt gehen wir erstmal nach Lothlorien. Komm. Auf geht's nach Lothlorien. Benutzt deine Mitrilsteine. Ich kann meine Mitrilsteine momentan gar nicht benutzen glaube ich. Weil ich gar nicht so viele Baupläne momentan freigeschaltet habe um die zu nutzen. Ah doch doch wir hatten ja diese Baupläne. Ah ich erinnere mich. Doch wir hatten diese Baupläne die so mega teuer waren diese Sachen. Wo man irgendwie 16 Mitrilsteine oder so brauchte teilweise um die aufzubauen oder 17. Ja 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 ja. Ne dann ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja dann werden wir das machen. Aber jetzt mache ich erstmal nur Lothlorien noch schnell fertig. Wobei ne eigentlich ist es doof das zu machen. Weil vielleicht kriegen wir ja da irgendwas was wir brauchen können. Da kriegen wir auf jeden Fall noch einen Bauplan. Ne dann machen wir es anders. Dann gehen wir nochmal hier hin holen und dann den Bauplan da. Wobei. Der Bauplan noch was anderes. Wir gehen mal zu dem Bauplan da. Und dann schauen wir mal. Vielleicht können wir das ja direkt zusammenbauen. Das wäre natürlich super wenn das so funktioniert. Was ist mein Lieblings Lego DLC? Schwierige Frage. Mein Lieblings Lego DLC. Ich glaube irgendeines von den Superhelden spielen irgendwo da eines von den DLCs. Weil die waren besser wenn man da immer noch ein bisschen Story spielen konnte. Das hat auf jeden Fall noch mal mehr Laune gemacht als alleine so Charakterpacks. Das war jetzt aber auch ein bisschen unnötig dieser Weg hier oder? Oder hätte es da keinen schnelleren Weg gegeben? Offensichtlich nicht. Ah da unten ist der Bauplan. Da kommen wir glaube ich auch schon fast direkt hin hier zu dem Bauplan. Wenn ich das richtig sehe. Habe ich Galadriel schon gekauft. Das weiß ich nicht. Ich glaube aber nicht. Ne das ist nur Eowyn. Ne Galadriel habe ich gleich noch nicht gekauft. Die wird wahrscheinlich auch wieder so teuer sein. Wir haben momentan nicht so viele Stats. Das ist richtig. Selbst in der Baupläne bringen keine roten Steine als Belohnung. Aber wir müssen sie ja eh irgendwann machen. Wenn wir eh schon die. Wenn wir da eh schon sind. So. Herzlich willkommen. Hallo auch. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei. Doch es bleiben dir drei Möglichkeiten um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild kommst du zur Playlist wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild kannst du meinen Kanal abonnieren was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.